Was ist die 70. Jahrwoche? Die 60. Jahrwoche und die 62. Jahrwoche beide vom Jahr 605 ausgehen, das hat profunde Auswirkungen auf die Anwartung der 70. Jahrwoche, weil es gibt jetzt nur noch zwei Positionen, entweder nämlich in der Endzeit, so wie wir es kennen, oder zum Zeitpunkt von Antiochus Epiphanes im Jahr, also im 2. Jahrhundert vor Christus, die Verortung der 70. Jahrwoche kurz nach Tod und Auferstehung Jesu, insbesondere im Jahr 70 nach Christus, da den Gräuel der Verwüstung anzusetzen, ist vollkommen obsolet geworden. Das möchte ich euch gerne zeigen in dem Clip hier und ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen meinen Zuschauern. Die zeitliche Verordnung der 70. Jahrwoche Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf. Der Gräuel der Verwüstung soll in dieser Auslegungsweise eine Feldstandarte sein, die die Römer im Tempel aufgestellt hätten. Aber wenn Jesus in Matthäus 24, Vers 15 vom Gräuel der Verwüstung spricht, befiehlt er ausdrücklich die Worte aus Daniel genauestens zu beachten, denn Daniel verortet den Gräuel der Verwüstung in die Mitte der 70. Jahrwoche. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Die Ausleger müssen sich also entscheiden, wo sie die 70. Jahrwoche zeitlich anordnen wollen. Denn entweder kommt die 70. Jahrwoche erst noch, dann meinen Daniel und Jesus nicht die Römer und ihre Standarte im Jahr 70 nach Christus. Oder Daniel und Jesus meinen die Römer, dann muss aber die 70. Jahrwoche schon vorüber sein und kann in der Endzeit nicht mehr kommen. Die Ausleger müssen sich für eine der beiden Versionen entscheiden, weil beide gleichzeitig nicht möglich sind. Auch nicht bei exegetischer Unterstellung einer doppelten Erfüllung. Zwar gibt es eine Doppelerfüllung der Stelle aus Daniel 11, Vers 31, sie betrifft aber Antiochus Epiphanes und den Antichristen, als dessen endzeitlichem Pendant. Diese beiden werden bzw. haben einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Die Doppelerfüllung betrifft aber nicht die Römer im Jahr 70 nach Christus. Denn Antiochus Epiphanes war Seleukide und der Antichrist wird ein Seleukide sein. Die Römer werden aber, so unglaublich es auch sein mag, von Daniel nicht erwähnt. Und bei genauem Studium von Jesus auch nicht. Laut der Mainstream-Auslegung sollen aber die Römer eine Feldstandarte in Jerusalem aufgestellt haben, die angeblich der Gräuel der Verwüstung wäre. In dieser Art der Deutung geht es also einmal um Antiochus Epiphanes und einmal um Titus. Beide stehen aber für zwei ganz unterschiedliche politische Systeme, auch wenn beide Eroberungen, sollte die Feldstandarte überhaupt gemeint sein, am gleichen Ort, nämlich in Jerusalem, stattfanden. Weil Daniel aber in seinen Texten ausschließlich von einem Seleukidischen und nicht ein einziges Mal von einem römischen Herrscher spricht, der den Gräuel der Verwüstung anrichtet, und diese Verwüstung in der 70. Jahrwoche geschieht, darf eine doppelte Erfüllung in Form einer römischen Eroberung nicht unterstellt werden. Sollte dennoch jemand Antiochus Epiphanes als Ersterfüllung und die römische Eroberung als Enderfüllung ansetzen wollen, stellt sich eine wichtige Frage. Welches festbeschlossene Verderben hat sich im Jahr 70 n. Chr. über die Verwüstung Jerusalems durch die Römer ergossen? Keines. Natürlich hat sich auch bei der Eroberung Jerusalems durch Antiochus Epiphanes kein festbeschlossenes Verderben über die damalige Verwüstung ergossen. Gleichwohl wird diese Eroberung und Verwüstung Jerusalems von Daniel eindeutig als Ersterfüllung genannt. Aber in der Endzeit wird das festbeschlossene Verderben sich über die Verwüstung ergießen, und zwar bei der endzeitlichen Wiederholung der Eroberung und Verwüstung Jerusalems durch den Antichristen. Das ist dann die Enderfüllung, und zwar durch ein mit der antiken Vorgabe vollkommen konkurrentes Ereignis in der Endzeit in Jerusalem. Wenn aber die Eroberung Jerusalems durch die Römer als Enderfüllung angesehen wird, sich damals aber kein festbeschlossenes Verderben über die damalige Verwüstung ergossen hat, wird erneut deutlich, dass das Jahr 70 n. Chr. von Daniel und von Jesus nicht gemeint war und eine Enderfüllung durch dieses Ereignis ausgeschlossen ist. Dann kann aber der in Daniel 9 beschriebene Gräuel der Verwüstung auch keine römische Feldstandarte sein. Die Mainstream-Auslegung ist falsch. Sie ist deswegen falsch, weil sie in Ermangelung eines Besseren jüdische Interpretationen mit neutestamentlicher Lehre vermischt hat und diese seit Jahrhunderten wiederholt. Schlussendlich hat sich so eine Auslegungstradition gebildet, die sich wie Mehltau auf die Verse der Bibel gelegt hat. Diese Mischlehre hat sich so sehr in den Köpfen verfestigt, dass sie kaum mehr zu korrigieren ist. Denn die Daniel-Verse sind derart überinterpretiert, aus dem Zusammenhang gerissen und falsch gedeutet worden, dass bis auf die Geschichte im Feuerofen und die in der Löwengrube kein einziger Daniel-Verse mehr zitiert werden kann, ohne die üblichen Mainstream-Einwände. Nach meiner festen Überzeugung handelt es sich bei dem Gräuel der Verwüstung um nichts anderes als um die Tötung der wiedergeborenen Menschen in Jerusalem in der Mitte der 70. Jahrwoche. Denn das ist der Gipfel der dann stattfindenden Verwüstung, die abscheuliche Gräueltat der Tötung der Priesterschaft in Jerusalem, also im endzeitlichen Tempel Gottes durch den Antichristen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass aus den einschlägigen Passagen in Daniel nicht abgeleitet werden kann, dass dort das Aufrichten von römischen Feldstandarten in Jerusalem vorhergesagt wurde, sondern dass diese Deutung reine Fiktion bzw. Interpretation ist. Daniel schreibt in Daniel 11, Vers 31 Das im Grundtext für Aufrichten verwendete Wort ist Nathan, Strong Nummer 5, 4, 1, 4 und bedeutet nicht nur aufrichten, sondern auch anrichten, einrichten oder erstellen und findet in einem sehr weit gefassten Sinnzusammenhang Anwendung. Hieraus das Aufstellen einer römischen Feldstandarte abzuleiten, ist sehr weit hergeholt, hat sich bei den Auslegern aber eingebürgert. Daniel 9, Vers 27 Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Im Grundtext existiert in diesem Vers das Wort stehen nicht. Es ist dort in etwa so ausgedrückt und bei den Flügeln, Doppelpunkt, Gräuel der Verwüstung. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch Daniel 8, Vers 13 Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange soll doch wehren solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer zertreten werden. Das Wort geschieht ist das gleiche Wort wie in Daniel 11, Vers 31, Nathan, das dort mit aufrichten übersetzt wird, hier aber mit geschehen. Es wird also deutlich, dass die Übersetzungsmöglichkeiten vielfältig sind und ein Aufstellen einer römischen Standarte hiermit nicht begründet werden kann. Gleiches gilt auch für Daniel 12, Vers 11. Jesus selbst hatte Daniel die Kapitel 11 und 12 gegeben. Hierüber hatten wir an anderer Stelle schon gesprochen. In seinen Endzeitreden verweist Jesus also auf seine eigenen Worte, wenn er sagt, Und in Matthäus 24, Vers 15, In beiden Versen spricht Jesus auch von einem Gräuel der Verwüstung, der steht. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das griechische Hystemie, Strong Nummer 2476, und kann wie folgt übersetzt werden. Etablieren, Einrichten, Erstellen, Aufsetzen, Einsetzen etc. Das Wort hat also einen deutlich weiter gefassten Bedeutungsspielraum, als dass man es auf das Aufstellen einer römischen Feldstandarte reduzieren müsste. Weil die Ausleger aber nichts von einer Wiedergeburt Jerusalems wissen und deswegen auch nicht wissen, dass der Antichrist in der Mitte der 70. Jahrwoche dort die wiedergeborenen Menschen gräulich ermordet, haben sie keine bessere Erklärung, als hier eine römische Feldstandarte zu vermuten. Aber das wird dem Wortsinn nicht gerecht und ist auch keine ausreichende Erklärung mehr, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Denn dann erschließt sich der tiefere Sinn der Worte Jesu in seinen Endzeitreden und in den Worten Daniels. Wenn also in Daniel 7, 8, 9 und 11 im Gegensatz zur Mainstream-Lehre von einem Seleukiden statt von einem Römer die Rede ist, kein göttliches Verderben über die Verwüstung im Jahr 70 nach Christus ausgegossen wurde und nichts aufgerichtet, sondern vielmehr etwas angerichtet wurde, dann können Daniel und Jesus die Ereignisse im Jahr 70 nach Christus nicht gemeint haben. Dann muss aber die 70. Jahrwoche noch zukünftig sein. Oben haben wir gesehen, dass die 70. Jahrwoche erst noch kommen wird. Der Herr Jesus hat uns befohlen, für die Endzeit sehr genau auf Daniel zu achten. Erstaunlich ist dabei, dass Daniel in Kapitel 11, Vers 31 den Gräuel der Verwüstung dem historischen Antiochus Epiphanes zuschreibt und nicht dem Antichrist in der Endzeit. Das würde auf den ersten Blick bedeuten, dass der Gräuel der Verwüstung bereits Geschichte wäre und somit in der Endzeit nicht mehr kommen könne. Das aber passt zunächst nicht zu den Worten Jesu in seinen Endzeitreden von den endzeitlichen Ereignissen. Denn wie kann es sein, dass der historische Antiochus Epiphanes den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat, wo Jesus ihn doch erst für die Endzeit ankündigt, wie wir oben gesehen haben? Kann das bedeuten, dass in der Endzeit ein Herrscher kommen wird, der dem antiken Antiochus Epiphanes aufs Haar gleicht? Kommt ein Herrscher, der dem antiken Antiochus so sehr gleicht, dass sich Daniel 9 und 11 und damit der Gräuel der Verwüstung in der Endzeit buchstäblich noch einmal wiederholen wird? Ist es das, worauf Jesus uns in seiner Endzeitrede aufmerksam machen wollte? Die Antwort auf diese Frage ist wie folgt. Nachdem der Bote in Daniel 12, Vers 4 seine Unterweisung beendet hat, fragt Daniel, wann es ein Ende mit solchen Wundern haben werde. Der Mann antwortet in Daniel 12, Vers 7, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat. Die zugehörige Parallelstelle steht in Offenbarung 12, Vers 14 und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, dass sie ernährt würde, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Diese Formulierung bezieht sich auf eine Äußerung in Daniel 12, denn neben Daniel 7, Vers 25 und Daniel 11, Vers 31 wird nur noch dort von einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit berichtet. Die Offenbarung des Johannes wurde aber im Jahr 90 nach Christus geschrieben. Da waren sowohl Antiochus Epiphanes als auch die römische Eroberung Jerusalems bereits Vergangenheit. Da aber seit 2000 Jahren keine neuerliche Eroberung Jerusalems mehr stattgefunden hat, müssen die Prophetien in Daniel 11 und in Offenbarung 12 in die Zukunft gerichtet sein, in die Endzeit. Dann liegt aber nichts näher, als für die Endzeit einen politischen Herrscher zu erwarten, der dem antiken Antiochus Epiphanes aufs Haar gleicht. Denn nur so können alle diese Bibelstellen miteinander in Einklang gebracht werden. Und das müssen sie unbedingt, wenn die prophetische Auslegung richtig sein soll. Stimmen die Bibelstellen nicht überein, ist die Auslegung falsch und das scheint hier vielfach der Fall zu sein, insbesondere dann, wenn entgegen den Aussagen der Bibel die Romtheorie weiter aufrechterhalten wird. Kommen wir jetzt zum letzten und wichtigsten Grund, warum die 70. Jahrwoche nicht zur Zeit Jesu war und der Gräuel der Verwüstung nichts mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus zu tun hat. Laut Daniel 9 wird nach sieben Jahrwochen Kyros und nach 62 Jahrwochen Antiochus Epiphanes angekündigt. Dies alles ausgehend vom Jahr 605 v. Chr. Unterstellt man, dass sich die 70. Jahrwoche unmittelbar an die 62. Jahrwoche anschließt, beträfe sie exakt die Regierungszeit von Antiochus Epiphanes, der von 171 bis 164 v. Chr. also sieben Jahre lang regiert hat. Manche Quellen behaupten, dass er von einer aufgebrachten Menge erschlagen wurde, als er in Mesopotamien einen Tempel ausrauben wollte. Wikipedia schreibt dazu, 169-168 v. Chr. kämpfte Antiochus im 6. Syrischen Krieg erfolgreich gegen Ägypten. Am sogenannten Tag von Eleusis, das war Anfang Juli 168 v. Chr., wurde Antiochus vom römischen Gesandten Gaius Popilius Laenas zum Rückzug aus Ägypten aufgefordert. Antiochus musste auf die Forderung eingehen und sich nach Syrien zurückziehen. 167 v. Chr. brachte er Jerusalem wieder unter seine Kontrolle, nachdem es dort zu Unruhen gekommen war. Um seine Herrschaft in Jerusalem zu stabilisieren, gründete Antiochus inmitten der Stadtmauern eine griechische Polis, verbot den Jahwe-Kult und ließ den Tempel zu einer Kultstätte des Zeus umweihen. Antiochus IV. unternahm einen Feldzug in die östlichen Provinzen. Um seine Kriegskasse zu füllen, beabsichtigte er in der Landschaft Elimais, einen der Artemis geweihten Tempel zu plündern. Damit scheiterte er jedoch an dem Widerstand der Einheimischen und starb auf dem Rückzug. Nach 2. Makabäa 9, Vers 28 starb er eines jämmerlichen Todes in fremdem Land in der Wildnis. Das wäre dann tatsächlich eine exakte Erfüllung der Aussage in Daniel 9, denn das hebräische Wort für ausgerottet werden beschreibt ein schändliches Ende eines bösen Menschen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Daniel informiert uns also in zweifacher Hinsicht. Nach 62 Jahrwochen kommt Antiochus Epiphanes und irgendwann nach Ablauf dieser 62 Jahrwochen wird er ausgerottet werden. Der Text sagt nicht, wann genau nach Ablauf der 62 Jahrwochen die Ausrottung des Antiochus Epiphanes stattfinden würde. Dazu später mehr. Aus den Geschichtsbüchern wissen wir, dass Antiochus Epiphanes sieben Jahre regiert hat. Das stimmt in erstaunlicher Genauigkeit mit der letzten 70. Jahrwoche überein, die ebenfalls sieben Jahre dauert. Wenn Antiochus Epiphanes im Jahr 171 v. Chr. seine Regierung begann, wäre die Eroberung Jerusalems im Jahr 167 v. Chr. nach seinem Rückzug aus Ägypten genau in der Mitte seiner Herrschaft erfolgt. Das sagt der Text in Daniel 9, Vers 27, wo geschrieben steht, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Opfer und Speisopfer hörten deshalb auf, weil Antiochus inmitten der Stadtmauern eine griechische Polis gründete, den Jahwekult verbot und den Tempel zu einer Kultstätte des Zeus umweihen ließ. Daniel 11, Vers 31 spricht ebenfalls vom Gräuel der Verwüstung und ordnet ihn dem antiken Antiochus Epiphanes zu. Und es werden seine Heere da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Daniel 11, Vers 31 ordnet den Gräuel der Verwüstung also dem antiken Antiochus Epiphanes zu, weil erst ab Vers 36 von dem endzeitlichen Pendant des antiken Antiochus Epiphanes die Rede ist. Von Vers 21 bis Vers 35 ist noch vom antiken Antiochus Epiphanes die Rede. Erst ab Vers 36 springt der Text zu einem Herrscher, dem im Unterschied zum historischen Antiochus Epiphanes das gelingt, was er vorhat, nämlich Ägypten zu erobern. Vers 30 berichtet davon, dass die Römer Antiochus Epiphanes zur Aufgabe seines Ägyptenfeldzuges zwangen und er auf dem Rückweg Jerusalem überfiel. Denn es werden Schiffe aus Kittim wiederinkommen, dass er verzagen wird und umkehren muss. Da wird er wieder den Heiligen Bund ergrimmen und wird's ausrichten und wird sich umsehen und an sich ziehen, die den Heiligen Bund verlassen. Vers 30 berichtet also davon, dass die Römer Antiochus Epiphanes zur Aufgabe seines Ägyptenfeldzuges zwangen und er auf dem Rückweg Jerusalem überfiel. Es gelang dem historischen Antiochus Epiphanes also nicht, Ägypten zu erobern und Beherrscher der damaligen Welt zu werden. Aber der Herrscher, der ab Vers 36 beschrieben wird, wird tun, was er will, und es wird ihm gelingen, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Im Zusammenhang mit unserem Thema müssen wir daraus vorerst ableiten, dass die erste Hälfte der 70. Jahrwoche bereits zur Zeit des Antiochus Epiphanes geschah, denn der Gräuel der Verwüstung findet ja in der Mitte der Jahrwoche statt. In der Offenbarung 13 steht nun, dass in der Endzeit das Tier aus dem Meer 42 Monate lang herrscht. Das sind dreieinhalb Jahre, und diese Prophezeiung ist noch nicht in Erfüllung gegangen, denn auf den antiken Antiochus Epiphanes kann sie sich nicht beziehen, weil er nicht dreieinhalb Jahre, sondern volle sieben Jahre herrschte. Setzen wir allerdings nur die erste Zeit der Herrschaft von Antiochus Epiphanes an, nämlich die Zeit, bis zu der er den Gräuel der Verwüstung in Jerusalem anrichtete, sind das dreieinhalb Jahre. Dann fehlen aber noch dreieinhalb Jahre, um die sieben Jahre der 70. Jahrwoche voll zu machen, und die ordnet Johannes in der Offenbarung dem Tier aus dem Meer, dem endzeitlichen Antichristen zu, und der kommt erst noch. Damit würde die erste Hälfte der 70. Jahrwoche unmittelbar auf die ersten 62 Jahrwochen folgen. Sie läge in der ersten Hälfte der Regierungszeit von Antiochus Epiphanes, während die zweite Hälfte in der Endzeit liegen würde. Denn die Herrschaft des Antichristen, der der endzeitliche Pendant des antiken Antiochus Epiphanes ist, beginnt ebenfalls mit der Stürmung Jerusalems und der Tötung der dort wiedergeborenen Menschen, dem Gräuel der Verwüstung. Seine Regierung, die Regierung des Antichristen, dauert ab dann 42 Monate. Damit endet also die erste Hälfte der 70. Jahrwoche mit der Eroberung Jerusalems durch Antiochus Epiphanes, und die zweite Hälfte beginnt übergangslos mit der Eroberung Jerusalems durch den Antichristen, so als ob beide Ereignisse zeitlich ineinander fallen. Das beschreibt Daniel 9, Vers 26 in genialer Exaktheit, die aber aufgrund fehlender Detailkenntnisse der Ausleger, wie die der Wiedergeburt Jerusalems, bisher den Anschein von Ungenauigkeit oder zumindest Rätselhaftigkeit erzeugte, was aber nicht der Fall ist. Weil aber beide Eroberungen Jerusalems heilsgeschichtlich prophetisch auf ein und denselben Zeitpunkt fallen, ist es Jesus möglich, einerseits auf den Gräuel der Verwüstung in Daniel zu verweisen, den eigentlich der historische Antiochus Epiphanes angerichtet hat, und mit eben diesem Text den Gräuel der Verwüstung zu beschreiben, der erst in der Endzeit stattfinden wird. Zusammenfassend kann also ausgelegt werden, dass die sieben Jahre Regierungszeit von Antiochus Epiphanes deckungsgleich mit den endzeitlichen sieben Jahren der 70. Jahrwoche sind, genauso wie der antike Antiochus Epiphanes deckungsgleich mit dem endzeitlichen Antichristen ist. Beide entstammen der alexandrinisch-diadochisch-seleukidischen Linie, beide stammen aus der gleichen geopolitischen Ecke, nämlich Syrien, beide haben den gleichen Plan, nämlich Ägypten zu erobern, beide sind grausame Gegner Jerusalems, beide richten dort einen Gräuel der Verwüstung an, beide nehmen ein schändliches Ende und so weiter. Wo bleibt dann noch Rom? Gottes Wort ist wahr. Ja, das Ergebnis ist natürlich jetzt total heftiger, weil jetzt wird der Mainstream-Theologie der Boten komplett unter den Füßen weggezogen, weil ihre Fristen stimmen nicht, ihre Ausgangsrechnung von Ataxiaxis im Jahr 444 v. Chr. passt nicht, ist willkürlich gewählt, wird durch einen Rechentrick der Umrechnung von Mondjahren in Sonnenjahre irgendwo herbeigeführt, um dann irgendwo ins Todesjahr Jesu Christi auch zu kommen. Man könnte genauso gut von Darius rechnen oder am wahrscheinlichsten noch von Kyros. Das heißt also, diese Rechnung der Mainstream-Theologie, die bricht wirklich in sich zusammen, die kann man auch nicht mehr als belastbar irgendwo ansehen. Man muss auch ausgehen von Jeremia 25 rechnen, den ja Daniel nachweislich auch gelesen hat und wo der Engel sich darauf bezieht. Das heißt, die Mainstream-Theologie, die hat hier eigentlich ein Riesenproblem, ein Riesenproblem damit zu begründen, warum sie so rechnen, wie sie rechnen. Und wenn man diese Verszählung oder diese Zeitzählung nimmt, die ich hier vorgestellt habe, dann führt das zwangsläufig auch dazu, dass man die 70. Jahrwoche neu einordnen muss und dass das Jahr 70 nach Christus und die Zerstörung des Tempels da vollkommen rausfallen. Das sieht man hier auch im Clip. Ich weiß, der Clip ist hochkompliziert und hochkomplex. Meiner Meinung nach gehört dazu eine der wichtigsten, die ich überhaupt gemacht habe, weil so viele Linien auch da zusammengeführt werden. Und ich denke, es ist auch gut, das nochmal hier zu wiederholen, bevor ihr Kommentare schreibt. Ich freue mich selber, Kommentare, ja, gar keine Frage. Aber schaut euch die ersten Clips an. Und noch wichtiger, lest eure Bibel. Lest, was steht im Vers und was steht nicht im Vers. Denn alles, was irgendwo ausgelegt wird, muss sich mit dem Wort Gottes decken. Und zwar nicht nur an irgendeiner Stelle, sondern im Gesamtzusammenhang der Schrift muss das eingefügt werden. Das muss in Daniel passen, das muss in Jesaja passen, das muss in den kleinen Propheten passen, genauso wie vor allem auch bei den Endzeitreden Jesu und auch in der Offenbarung, in der Lehre des Neuen Testaments muss hineinpassen. Das heißt, so eine Inselerkenntnis nützt uns nichts. Da haben wir genügend von gehört, auch und die sind auch hinlänglich bekannt. Aber wir brauchen Lehren und Aussagen, die in der Vernetzung auch passen und stimmig sind. Ich denke, das habe ich hiermit gezeigt. Habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Was jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, ich sage auch immer wieder das, was wir in Daniel lesen, das ist das Zwiegespräch zwischen einem High Potential Staatsmann und Gott. Das ist eine Kabinettssitzung unter Königen und Regenten, die andere Themen und andere Probleme behandeln, als jetzt meine Alltagsprobleme irgendwie zu bewältigen als Christ. In einer besonderen Notsituation, in der ich vielleicht auch sein mag. Ja, das mag alles sein. Ich freue mich über diese Bandbreite der Bibel. Die hat einerseits Leute, die die Psalmen lesen dürfen und sich daran erquicken und freuen, ja, und frohgemut in den Tag gehen sollen, weil sie wissen, wie Jesus Christus kommt und er ist da und ist unser Herr und Gott, ja. Und es gibt auch andererseits Themen wie Daniel und Offenbarung, wo man sich dann aber auch Zeit nehmen muss und wo man sich einarbeiten muss und wo man auch mal den Herrn des Wortes fragen muss, wie man die einzelnen Verse auslegt und wie man die versteht, ja. Diese Bandbreite gibt es in der Bibel. Und das ist gut so und das ist auch richtig so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr es angeschaut habt bis zum Ende. Ich denke, dass wir Daniel jetzt irgendwann nochmal abschließen würden. Ich selber hätte niemals gedacht, dass da so viele Folgen bei rauskommen und dass so vielfältig ist, was da berührt wird von Daniel. Hätte ich mir im Traum nicht denken können, ja. Aber schön zu sehen, dass Gottes Wort diese Tiefe und diese Weite auch hat, ja. So wie Gott ist. Gottes Liebe tief und weit, ja. Alles Gute Gottes Segen und bis bald. .